und schon haben wir eine spitzhacke wollte schon spitzhacke sagen wenn diese maus dies manchmal ein bisschen seltsam die dreht sich viel zu schnell obwohl ich mich um die halbe achse drehe dreht er sich um zwei mal um die ganze so ist das so wir fahren jetzt erst mal obsidian und dann werden uns mal schön zaubertisch machen hier sind wir noch nicht da sind erst hier so ich habe ja gesehen da im grad als wir unten waren dass wir ein bisschen zombie sehr schön hier und namen ob sie also bewegt sich gerade auf sehr dünnen eis ich würde kannst du nicht einfach in die lava fallen warte mal das regel ich ob es noch kommen unglaublich unglaublich so ich würde sagen gesperren erst mal das ganze wassergebiet hier ab ich war mal kurz ein bisschen kommt schon gleich das erste okay es war nicht so schön das ist das ist allgemein nicht so schön so merken wir dass wir unter uns auch noch lava haben da müssen wir aufpassen ich würde jetzt erstmal das wasser ein dämmen die neun so 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 trockene ach da kommt ja auch noch ein strahl runter so jetzt müssen wir mal gucken wir haben hier unter lava das what danke so wir haben hier wirklich ein lava problem ich werde mal gucken bei diesem block hier bauen wir den ersten die ja den ersten obsidian block ab wir müssen nämlich auch ins nether wasser 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 alter finne erst mal verrottetes fleisch essen das meine ich genau das meine ich man 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 ey das ist richtig kacke ich werde mal gucken was wir hier unter haben wir müssen uns eine andere quelle suchen das geht so nicht das geht so nicht das lol okay hoch hallo das war aber nicht sehr schlau hallo diese maus alter die maus macht mich irre wo ist jetzt alter jetzt ist gut ist kein elfter september wir haben erst den augen wir haben erst august sind ja alle vom himmel fallen dann kommt man der benutzen so der benutzt unsere treppe können wir denn das wasser irgendwie einsammeln in eimern jetzt auch kein eisen da ja junge hast nichts für mich getroppt danke so denn ja brennende fledermäuse also was ist hier in dieser höhle nur los der will zu mir hat der kommt nicht durch weil die wasser in der nähe ist dazwischen ist ja gut ja gut ich hab eine dia spitzhacke hier habe ich dir gleich in dein face wie sie überall da war da hinten nicht aber sonst ist hier überall da war man 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 genau man den habe ich der aber auch ein kleines problem ich kann trotzdem mal versuchen zu fahren alter ja wo bist du denn ach komm ganz ehrlich was was ist hier los man 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 so ich könnte trotzdem mal versuchen weiter zu fahren vielleicht bringt das ja was trotzdem scheiße ich habe hier auf jeden fall schon mal zwei dann müssen wir uns eine andere obsidien stelle suchen ja zomi du kannst mich mal so ich gehe jetzt erstmal hier lang nach und dass wir hier noch mal irgendwas haben hier ist kabel entstanden da wird immer kabel entstehen das ist wie ein kabel generator was haben wir denn hier haben wir ja schon alles ausgeleuchtet trotzdem bin ich immer sehr gerne hier in denen in diesen höhlen so gut sind wir jetzt wieder hier mal gucken also könnten hier vielleicht noch mal versuchen da unten sich doch passieren aber das kann natürlich geknallt also war so nein du nicht man wo ist der hier waren wir auf jeden fall schon mal er ist da so wie kommen wir an ihn ran der kann uns mit einem schuss in die lava setzen wenn wir da versuchen über diese wackelige brücke zu gehen das haben wir doch bei bedwurst schon tausend mal festgestellt ja du triffst mich bogen haben wir auch nicht die maus guck mal die ist wie schnell also manchmal echt ich stelle die maus mal kurz ein bisschen langsam ein ja so ist so geht es eigentlich auch gewöhnungsbedürftig ja danke wow alter bräuchten wir eigentlich mal ein bisschen wasser so hoffentlich ist hier jetzt nichts drunter hier ist hier ist hier ist hier ist stein drunter sehr schön also wir brauchen ungefähr zehn obsidian für ein portal dann noch drei extra ich nehme am besten 20 obsidian steine mit das ist das ist besser wenn ich 20 obsidian steine mitnehme das ist sicherer einfach falls wir noch irgendwas anderes damit vorhaben größeres portal oder sowas dann können wir es ja dann damit kraften so der nächste das ist ein wir haben da laber zwei ich habe mein mikrofon um geschnuppt um geschubst das setzt ein bisschen blöd einmal das ist wegen dem kabel hier ein bisschen blöd moment ich versuche das kabel gerade hier so ein bisschen aufzurollen geht gleich weiter eine sekunde eine sekunde bitte eine sekunde alles das stört echt so jetzt alter kann man mich hören kann man mich hören auf beiden ohren ja kann man trotzdem das kabel nervt richtig das kabel nervt ich mache das mal hier runter jetzt mal wieder ummodeln hier alles so jetzt sollte es hoffentlich gehen ich stelle das mikro mal höher damit man mich anständig hört so popschutz hatte ich habe ich leider nicht macht aber nichts so hier haben wir jetzt wieder lava drunter das ist nicht so nett nicht so schön aus oh gott oh gott alter oh nein ach komm bleib am leben bleib am leben komm stört mir jetzt bitte nicht weg stört mir jetzt nicht weg man hör auf zu brennen man junge so aber weitermachen ich habe ja kein respektvoller das wenn er nicht jetzt irgendwie getroffen wäre dann ich tot dann wieder was essen so das verschwindet jetzt hier langsam netterweise pass auf ist immer noch warm und darunter setzt sich auch nochmal zwei steine damit wir hier auch nochmal entspannt abbauen können weil ich weiß jetzt dass da unter ein stein ist das ist kein stein aber wir können das ja wir können das ja so bauen dass wir darunter immer steine haben so viel einfacher so oder nicht für mich dann wir können das ja wir können das ja